Roto, kommen Sie mit, Sie müssen blasen. Das ist ACAB. Ist das nicht der Club, der die Autos wieder heide macht? Hier abbeißen ist auch schön. Nasenabdruck, Unterwäsche. Bitte kreuzen Sie dieses Feld an. Nein! Geht rein, guckt die an, geht wieder raus. Wissen Sie die Geschichte vom Bollenhaus? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wissen Sie, was eine Latrine ist? Früher hatte man ja dauernd nur Außenhäuser, nicht? Jaja, das ist dann das Bollenhaus. Jetzt sag ich nicht, Sie wussten das nicht, obwohl Sie die Nachnamen haben. Ne, wusste ich nicht. Oder Knödelhütte sagt man auch, ne? Guck, das habe ich auch noch nicht gehört, ehrlich gesagt. Ja, dann musste ich noch double downen mit Knödelhütte, ne? Sag mal, wo ist er denn jetzt hin? Scheiße! Im Blauus! Und die Puppe ein neues Spielzeug hat, ne? Ja! Ja! Willst du auch mal halten? Stell dir vor, da draußen steht jemand und hört uns zu. Deiner ist aber leise. Ja, ist elektro. Die komplette Konversation musst du dir einfach mal ohne Kontext anhören. Einfach die Augenschließung genießen. Haha! Auch das jetzt! Hahaha! Pack jetzt das unnötige Zeug, ich muss mir nur ne neue Tasche kaufen. Ähm. Irgendjemand hat mir letztens ne schwere. Du, du, du! Bei PD Raider, ja. Ah, kriegst du zurück, hier? Achso, ja, dann freue ich mir keine neue kaufen. Ja, genau. Deswegen hast du es angesprochen, du Schwein, ne? Ich kann dich doch lesen wie ein Buch! Hahaha! Alles klar! Jut! Ciao! Awe! Hat der gerade Hase zu mir am Schluss gesagt oder abs? Oh Captain, my Captain! Hast du gerade Hase zu mir am Schluss gesagt oder abs? Nein! Ich hab Awe! Ach, Awe! Okay, na gut! Jut! Soll ich Hase sagen? Nein! Sollst nicht Hase sagen! Hallo Hase! Du Aschloch! Kannst du mir kurz nen Adver in den Warmeladen hochschmieren? Äh, Telefon stumm? Flugmodus meinst du? Hahaha! In diese Knäuel von... Alter! Yippie! Okay! So, einmal Deckung an der Tankstelle, einmal die Tankstelle komplett räumen, evakuieren. Verletzte sofort bergen. Achtung! Schwarzer Taurus noch am Brennen. Da ist noch ein, äh... Genau, der. Und dann ist da noch ein Dune Loader, der auch gleich noch hochgeht. Hat jemand? Äh... Was ist die E-Mail? Ah! Boah! Beide RTWs sind weg! Zwei RTWs sind weg! Äh... SA53 kümmert sich gerade mal darum, dass die Doktoren neue kriegen. Informationsleitstelle hier. Alles sechs. Alles sechs. Gesprengt. Ich organisiert schon alles. Hahaha! Glaubst du, als ob ich mich einen Anwalt geholt hätte? Äh... Ich... Trau ihnen alles zu. Anwälte holen nur Puzzle. Ehm... Hier gibt's auch noch nicht mal laufendes Wasser. Doch! Wenn sie in die Stadt zurücklaufen und ihnen die Tränen runterkullern. Hallo, ich hoffe ich störe. Äh... Nee, tust du tatsächlich nicht. Verdammt. Ich lass euch zurückrufen. Okay, Klaus hat nur einen kleinen. Akten sind es ja zum Beispiel staatliche Sachen. Dann der MCD. Schreibt mal jetzt einfach als Edge. Ich mach den so weg. Wenn ich ihn noch einmal sehe, ich werde ihn vom Motorrad runterschießen. Was? Wen? Ja, die kleine... Ah! Und mit meiner BR 400 und seinen scheiß bunten Rucksackern dauern. Nee, mit Frau Jones mach ich gleich ein Gespräch. Ja, wieder brauche ich euch ein Gespräch mit euch. Zwinker, Zwinker. Das nennt sich Mitarbeitergespräch, du Kackvogel. Ehe nicht. Alles ist immer... Guter. Ja. Oh, mir schön. Oh, oh. Zu hart gelacht. Danke. Danke. Alles okay? Oh. Mach aus, mach aus, mach aus. Oh Gott. Ja. Ja, du hast mich gerade schon verarscht. ich weiß mich drauf und macht die hand fessel drauf bitte alle mitarbeiter im sap gebäude die fresse halten also ich bin immer im dies im gegensatz zu dir mit dem mikrofon am halbe oder was ich weiß diese unterstellungen zurück unterstellungen sind ein journalistischer trick die diese dürften in der freiheitlich demokratischen grundordnung nicht vorkommen da geht doch wunderschön und da ich mache noch die tür zu das angefangen dass alle unsere kadetten noch mal zu schreiben ist den tankdeckel richtig da drin nicht ganz hart wird geht das mit der treppe oder ich gucke mir das jeden tag wieder aufs neu an und ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll ich bin kurz davor diesen scheißhaufen hier aufzulösen das ganze pd abzureißen und das war's es geht so nicht weiter jeden tag die gleiche scheiße mann egal ob border division oder shp könnt ihr euren captain nicht eine brille kaufen ich kann mir das einfach nicht mehr mit ansehen wenn er da mit seiner nase in die tablet hockt jawohl ich hab nur ein auge also wenn das ist schon aus der bahn bringt ich hab die prüfung bestanden den gewissen kriminellen gehen jetzt ins date oh malen kann ich gut 1790 ist ihre leinwand und sie sind der künstler ja aber der wusste nicht was ein cream pie ist ein törtchen mit füllung ja beim grinsen höre ich schon dass du genau weißt was das sieht auch so aus wie das logo hier auf auf dem schild hinter uns und wer sind sie immer schön lippenstift haben sie und worauf soll das abziehen sie muss dann eine geschichte mit kreativität also tätten fisch eakulat kind ein kind das von neun jahren im sacke seines vaters war heute im museum ein titel fisch und wegschwimmen waffe runter waffe runter packt die waffe weg packt die waffe weg du scheiß klar hat die waffe weg die waffe weg die waffe weg sofort hinlegen und danach legst du dich hast du dir schon mal überlegt feuerwehrfrau zu werden ich hätte einen schlauch zum halten hast du vielleicht bock mit mir schwimmen zu gehen ich würde dich gerne ins becken stoßen sie können sie auch für die nicht schwimmer machen und den rand du fährst die spielunit du fährst den orangenen und ich fahr den cvp spielunen muss er sich noch verdienen das gesagt ich bin doch ich bin doch hier nicht in thailand also genau genommen sind wir schon in thailand im ms vielleicht was oh mein gott oh mein gott oh gott oh du hässlicher wichser hallo mein name ist kurt riegelzen und ich wollte ihnen nur mitteilen das hat mich so hart getroffen wie ich seine mutter ins gesicht komische antenne Verloren.